leicht genervt ziehe ich von dannen noch ein großbär pass auf und bei meinem glück kommt er jetzt aber nicht dann nicht umso besser für mich ja hier sind sie nämlich was um himmels willen macht ihr hier jetzt sagt mir das ist doch ein schlechter scherz wieso lebt ihr alle wieder naja so kann man wenigstens ep fahren wenn man es denn gerade wollte aber ich will einfach nur diesen verdammten drachen kalt sehen da hinten ist er das schlimme ist ich weiß nicht mal was für einen effekt der macht das hätte ich vielleicht von anfang an machen sollen oh nein nein wer greift mich denn nur an kurzer schluck trinken geht doch nicht über einen kleinen kaffee am am mittag was könnte das für ein drache sein wie ein feuer drache sieht er mir nicht aus er sieht mir eher aus wie so ein wüsten drache aber da wir hier in dem wald sind ist das denke ich mir mal vollkommen unmöglich er ist ein wüsten drache oder ein wind drache solange keine ads ist mir das egal ein frost drache also jetzt hätte ich gerne ein paar feuerzauber ich habe ja feuer brennend ja baby bern scheiße ich kann den riss nicht ansetzen aber ich kann ihn vergiften nein shit 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 ähm nein so man soll ja mit seinen ressourcen die man hat gut umgehen können scheiße macht gleich ein schwanz fäger der schwanz kommen ich glaube ich mache es einfach ganz normal ich werde sie einfach ganz normal wiederbeleben ich weiß ja wie ich es mache und die wollen ja scheinbar drauf der will schon drauf geht ja wenn wir gerade dabei sind machen wir das ganze doch nochmal machst dir nur bequem lieber drache ich halte dich nicht auf nur pass auf wo du dein schwänzchen hinlangst retzen ich brauche nur euren schaden boah das war perfekt getimed von dorian muss man ja mal ganz ehrlich der hat mir meinen trank weggesoffen gesüffelt hat er naja gab schon mal bessere versuche oh der speinchen tut es weh lieber drache oh nicht ey du hast deine eigene ruine kaputt gemacht bada bada bumm bada bumm bada bumm bada bada bumm natürlich wo ist der ach du wieso nicht story ach das ist ein dorfbewohner jetzt ähm ja erst mal ein bisschen retzen irgendwie ist das gerade so ein bisschen einseitig man rätzt doch bitte ich krieg sie nicht ins target ja gut dann bleib halt tot sarah mein gott ich kann hier nicht kassandra die ganze arbeit machen lassen aber ich brauche auch damage so jetzt können wir wieder ein bisschen damage machen das blöde ist wir müssen am drachen kuscheln gerade wegen diesen heranziehen aber wir können wieder vor ihm zur seite shit oh iiii jeiin jetzt fliegt bitte nicht wieder los Ich wollte schon sagen, das wäre äußerst kacke gewesen Nicht heranziehen, nein Wir haben den gerade mal zur Hälfte down Und wir haben keine Tränke mehr Oder gleich keine Tränke mehr Ich wusste, dass ich hätte den eisernen Bullen nehmen sollen Der ist ein guter Drachentöter Nein Nein Boah, ich will immer wegspringen Ja, der wird jetzt erstmal was trinken Ist ja das Ja, die werden jetzt gleich die letzten Heiltrecke verpulvern Aber nicht, wenn ich das mache Natürlich Jetzt werden sie es wieder tun Hm Der ist doch recht schwer, der Drache Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen Aber er ist schaffbar Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht schaffe mit denen Und es wäre es im Grunde auch immer Werd ich Werd ich wohl oder übel dazu übergehen müssen Wo liegt ich Achso, wurde wiederbelebt Dann den eisernen Bullen mitzunehmen Das mache ich auf jeden Fall Wo liegt Dorian Wo liegt Sarah Wo liegt Sarah da Ich sehe sie nicht Da Nein Hört auf, das in meine Richtung zu halten Wovon redet ihr überhaupt Meine Waffe ist nicht einmal in der Nähe Euer Gesicht Dieses traurige Mitleidsgesicht Warum richtet ihr es auf mich Ich weiß, dass euch die Geschehnisse in Adamant beunruhigt haben Falls ihr jeder überreden wollt Der Inquisit wird zurückgetrumpft Das ist alles, was zählt Vielleicht seid ihr es ja, die noch zittrig ist Wir müssen einfach nur alle aufhören daran zu denken Und schon fühlen wir uns besser Wir haben recht Ich fühle mich wirklich schon viel besser Nein Nein Wenn ich jemals Magier spielen sollte, ja Werde ich diese magische Barriere immer genau dann timen Wenn der einen ranzieht Das kann ich euch versichern Okay, der Drache ist auf jeden Fall schaffbar Aber er ist heidenschwer Vor allen Dingen mit dieser Gruppe Normalerweise würde ich ja sagen Cassandra würde das alleine schaffen Aber ich glaube Wenn hier alle sterben würden Würde der Damage einfach fehlen Was haben wir hier noch Regenerationstrang Nein Kaboom So einfach geht das hier Zack Und wieder 1300 reingebogen Ihr bollert hier Zack Und jetzt hat er mir wieder Einer mit gedroschen Ich muss ganz ehrlich Ich muss meinen Trankvorrat nochmal aufstocken Gerade für so weit ist das eigentlich relativ wichtig Und ich hab's nicht gemacht Oh tut es weh Mein Freund Das ist nicht das einzige was dir gleich noch wehtun wird 2400 Ah Da haut er wieder ab Also das war richtig guter Damage Ja ausgewichen mein Freund Wer kann der kann Und so Totes Bronto Weg da Aber natürlich Warum lebt der wieder Natürlich machst du jetzt dein Breath Natürlich Ist das dein Ist das jetzt dein Ernst Nein Komm 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 Nichts Wie weg Das ist mein letzter Trang Liebe Freunde Wenn das jetzt nicht reicht Alter du Drache Du hast es aber auch auf mich abgesehen Nimmst du den Ja der ist Der liegt gleich am Boden Aber es War ein spannender Kampf Oder was heißt spannend Der war wieder lang So müssen schöne Bosskämpfe sein Geht doch Siegreich Im Krieg Nein Helm des Inquisitors Ja Na her damit Hm Ich mach das mal kurz da rein Ähm Jum 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 Zerstellen Vielen Dank.